aber ich könnte mir vorstellen wir würden wahrscheinlich etwas öfter gewinnen wenn wir nicht immer gleich am anfang raus springen wollen meinst du musst einfach glück haben was den loot angeht und dass deine position deine gegner angeht spielt ja alles zusammen ja natürlich du kannst doch am anfang komplett reinpushen und es läuft die bombe ja natürlich schritte einen habe ich noch einer ist direkt geradeaus hat kein schild mehr 69er hit so lobe ich mir das das schwere drin drei magazin energy oh ja das ist geil ne kannst du nicht bist du zuerst da? ja ich bin da ich muss mich erst mal heilen okay ich muss mich erst mal heilen okay ich muss mich erst mal heilen den pathfinder habe ich der hat lila schild ja ich muss erst mal heilen den pathfinder gestorben der ist mit einer zip line und ist dann drauf gegangen ne mit einem grabbing hook in die richtung irgendwo muss irgendwo hier so liegen muss irgendwo hier so liegen oh warte mal ich heile mich erst mal komplett mach das mach das mach das ich kann es dir auch nicht genau sagen egal egal du obliegt noch ein buddy egal es ist halt nur ein weises hä ach das ist unten ich seh die ich seh die ich seh die einer gott in schildern ich seh die scheiße okay buddy fast down buddy ist down nein nicht ich geh da hinterher einer da ist schon hinterher ist schon hinterher ja nice oh fuck die zone kommt wir müssen uns behalten die ist direkt bei uns noch fünf quats alles gut gib mir die löschen komm schon so aus 71 geil okay ja ist da noch ein bisschen energy ammo oh ja 80 nice okay so ich heile mich kurz und dann mach ich eine zipline hoch oh nice ja mach das so lass da bitte niemanden sein den oh okay und dann die Oh, Granate? Oh, der snipet einer von oben Der hat Energy Ember, die ich brauche Oh, der snipet von da oben Kannst du den mal irgendwie... Ach nee, auch hinten ist schwierig Oh, der smoked, das ist gut Ich muss unbedingt hier erstmal weg Oh, nice Da kommen auch weiter Granaten, oder? Ich glaube hinter uns, hinter uns, genau Okay Wollen wir erstmal weiter Gleich kurz hier hoch, ja Ja Die müssen ja eh zu uns kommen Wieder ist da unten Ich mach ganz kurz im Portal, kannst du mich schlimmer beschützen und nur so ein bisschen rumschießen? Ja Fuck, die haben mich aber ganz gut gehettet Gehittet Ich hoffe, der macht jetzt gleich smoke Ich schau das Portal Ich bin auch am Portal, direkt Ja, 208 Schuss, das ist schon mal gut Ich bin blöd, wenn ich das Portal Ich habe fast keine Strücken mehr Hier sind welche dran Okay Die snipen halt auch nicht so schlecht, wie die treffen Oh, 90er Hit Hast du gesehen, wie viele das sind? Ich komme nicht dazu, richtig zu looten Die schießen ständig auf meine Fresse Du bist eh hoch Ja, ja Granate Nein Wir sind hier oben auf diesen kleinen Vorsprung Wollen pushen? War frei in der Soundshot? Ich höre mich Ich sehe nicht Hörst nicht Ui ...gescannt? Ja. Granaten, ey. Äh, der Buttercup hat, glaub ich, geschickt. Ich glaub, das war er. Der trifft aber gut, Mann. Der hat kein Buddy mehr. Okay. Komm mal zurück. Eins da? Ja, die müssen hochkommen. Wenn jeder von der anderen Ecke schießt, dann ist es eigentlich echt gut. Hm. Wir können nur hoffen, dass hinter uns jetzt keine kommen. Ja. Sie kommen. Habe ich. Habe ich. Nice. Habe ich. Schön. Schön. We killed the last one. Good luck team. Der ist schwerer. Der hat schwerer Eis. Ich bin schon bei sieben Kills. Meine Fresse läuft. Oh, das war echt richtig geil, wie wir das gelöst haben. So, weiter. Taten wir jetzt aber schon ein bisschen leid, was die Pose hier angeht. Ich nicht. Meistens sind wir in der Position. Oh, wir sind wieder in der Zone. Wollen wir mal gucken. Ach so, wir sind ja schon in der Zone. Okay, dann müssen wir natürlich... Was ist da? Moment. Granaten, Granaten, Granaten. Brauchst du leichte? Ich hab fast 400. Ne, ich hab Flatline und... Okay. Ich brauch schwere. Oh, da kommt einer. Komm mal hier hoch. Ich glaub hier ist... Ich bin da. Ich hab keine Ahnung, wo auch was getroffen hat. Geh hier. Komm, die Drohne ist... Ist ja nice. Oh. Das ist wie die Havoc-Grenzelschuss. Ja. Wie spielt denn die noch? Ich hoffe, das andere Team kommt jetzt. Ja, die Frage ist von wo. Die sollen nacheinander treffen, das wär jetzt echt gut. Ich hab halt keine Granaten, was echt schlecht ist. Ich auch nicht. Oh, ich seh das andere Team. Die sind noch weiter hinten, Richtung Westen. Sind die an derselben Position wie die Gegner? Also gehen die hier drauf da? Die sind genau hinter denen. Läuft. Sandwich spät. Hoffe ich. Bleib mal so ein bisschen hier in der Zone. Äh, da er, da ist ein Schild von nem... Ja. Ach, die ist an die Zweite. Da ist einer. Das ist Pathfinder. Im absolut High-Ground. Wollen wir hier an die Wand pushen? Lass mal lieber oben bleiben. Okay. Okay. Warum fighten die nicht miteinander? Jetzt. Jetzt mal pushen. So, einen hab ich fast runter. So, noch ein viel. Der heelt. Ja. Oh, danke. Alter, ein geiler Win. Ein richtig geiler Win. Der war mit Ansage, Chantal. Ja, oder? Oh, der war gut. Das muss ich öfter machen. Das hat bei mir früher sogar geklappt. Meistens die letzte Runde. Du bist die Apex-Champions. Boah, haben wir gut gespielt jetzt, echt. Ich bin jetzt auf den Schaden und auf die Kills gespannt. Ich auch. Nice. Ja. Kann man machen. Nice, 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 nice. Sehr geile Runde. Ja, es ist geil, wenn man...